Renn doch mal raus. Ne, ne, warte. Renn doch mal raus. Matze, renn doch mal raus. Ja, ja, ja. Danke. Ja, beruhige dich. Ich kann es gar nicht fassen, dass wir letzte Runde so in der Fallkreigen Run hatten zusammen. Ja, krass, hä? Ja, ich bin immer noch ganz baff. Siehst du mal? Es wird langsam. Ja. Hör ich ja. Wir müssen nur genug öfters miteinander ablosen, damit es dann wieder erfolgreich wird. Naja, wir mussten uns ja, du hast ja auch so ein bisschen so Findungsphasen wahrscheinlich. Wir mussten uns ja auf einander einspielen und kennenlernen oder sowas, denke ich. Ja. Also ich weiß ja schon mal, dass du keine Süßigkeiten zu Hause hast. Was habe ich nicht zu Hause? Süßigkeiten. Achso. Naja, keine kannst du so nicht sagen. Und jetzt nicht Kartonweise oder sowas. Es liegt schon mal in der Tafelschokolade da oder sowas. Ja, aber ich mag gar keine Schokolade. Also ich auch nicht. Nicht? Nutz hat bitte aber auch nicht sowas. Außer, außer, ähm, hier, Kinder-Bueno oder Schoko-Bongs. Aha. Ja, die mag ich schon aber nicht. Was? Schoko-Bongs, ekelhaft. Was? Ja, voll eklig. Oh, ich hab ja noch ne... Warte mal. Spritzt du das nicht? Schoko-Bongs. Aber meinst du, bei dir hält das doch meistens nie lange. Diese Süßigkeiten, oder? Doch. Echt? Hm. Weil du letztens dann wieder so gesagt hast... Oh, der Boss ist übrigens rot. Ja. Ich könnte was naschen oder so. Ja, du bist durchs Haus gegangen und hast nichts mehr gefunden. Hm, dann hatte ich Baumkuchen noch. Ah, ich bezweifle es, dass jemand auf dem Tower ist. Aber ich wär gerne im Tower. Hast du so ein gutes Zeug auch noch gefunden? Mhm. Nicht glattneidisch geworden. Ja, der war gut. Der hat aber auch ewig gehalten. Also, da sehste, ewig. Vor ein paar Tagen hat er schon gehalten. Okay. Ach, die sind unten wahrscheinlich drin. Mhm. Ich hab natürlich die perfekten Waffen dafür. Ich krieg bestimmt, glaub ich, an der Ladung Schrot ab. Ja, warum gehst du da jetzt eigentlich runter? Ja, weil ihr's nicht macht. Ich hab überlegt, zum anderen Eingang zu müssen. Ich würde eigentlich gern in den Turm. Und dann? Ja, und dann schießt du dir durch die Erde in den Boden, oder was? Richtig. Ja, komm, dann geh mal jetzt zusammen runter. Was willst du da im Turm? Leute abknallen, die kommen? Lol. Ey, ich hab grad einen Schuss abgekriegt. Ach so? Dann sind sie nicht unten. Einer ist hier draußen, nirgendwo. Ja. Aber doch, die sind unten. Einer ist hier draußen, auf jeden Fall. Da hinten. Alter, jetzt hab ich einen Fleck aufgemacht. Einer ist in der Kirche drin. Einer schwappt doch hier unten durchs Wasser. Ja. Oder ist das der fette Boss? Einer ist hier vorne in der Kirche. Sonst würde der jetzt grad nicht so ausflippen. Also einer ist bei euch, nur die anderen. Oh, da kommt noch ein anderes Team. Oh ja. Der hat nämlich einen Hit von Westen abgekriegt. Niki. Ja. Dann lass uns wieder hoch zu Micha. Sicher? Hm. Also einer in der Kirche drinne hier. Der ist tot in der Kirche. Der da hinten hat den abgeknallt. Okay, dann lass hin. In der Kirche ist noch einer. Einer ist tot. Da hinten ist noch einer. Dann find ich das eigentlich gar nicht so schlecht, wenn wir eher drinnen bleiben, oder? Dann müssen die ja zu uns runter. Also die in der Kirche leben, glaub ich, beide wieder. Der hat den grad aufgehoben. Hm. Der andere ist auch gut. Gut. Ja, mir ist das egal. Aber Micha allein lassen ist auch kacke. Ja, geht doch. Ich hab grad zwei Leute gekriegt. Oh. Oh. Ja, die in der Kirche leben noch. Ich hab grad keine Spritze dabei. Boah, ich hab... Wieso, das war... Wieso war das kein Headshot, Alter? Alter, der wurde schon wieder aufgehoben. Ich glaub's nicht. Oder nee, der Partner ist da. Jetzt hab ich den. Hier hinten ist noch der dritte Partner. Sicher, dass das der war, der mich grad abgeknallt hat? Was, du bist tot? Nein, aber... Nee, das war der aus dem Fenster, na klar. Ich hab grad keine Spritze dabei, Leute. Brauch Hilfe. Ja, ich bin. Ich bin hier hinten. Der will seinen Partner gleich aufheben. So. Da hinten. Sein Partner liegt genau da an der Ecke. Ja, dann brennen wir den doch an, oder? Alter, der aus der Kirche, willst du mich verarschen? Der ist da oben. Aber du musst doch da links aufpassen. Auf den Typen. Äh, geht er... Was ist hier los? Also hier am Fenster war einer, der hat ihn erschossen. Und da hinten, der wurde wieder gerätzt. Nee, da liegt noch... Sein Partner liegt noch auf dem Boden da. Ja, die liegen beide. Er ist alleine. Das ist der letzte. Ja, aber dann ist noch einer im Team. Also im Haus im Team. Ja, genau. Im Haus, das sind andere. Weiter rechts, da liegt auch schon einer von denen. Hier, direkt vor dir. Ja. Aber der ist mehr. Scheiße. Fetzen. Das ist mir jetzt gerade egal. Der Dicke muss weg. Nein, ich hab nicht getroffen. Aber wo ist jetzt der Typ denn, ey? Ich hab den Dicken nicht getroffen. Der ist wieder am Fenster hier oben. Ey, du blöde Hive. Was willst du denn jetzt? Nein. Nein. Oh, da war noch einer draußen, Alter. Draußen? Ja. Weil ich wollte gerade hinten rein und pushen. Da muss irgendwo einer noch hocken. Draußen? Da, auf dem Gelände. Vorsicht, da! Oh, rechts neben mir. Also, ähm, nicht neben mir, aber... Da ist so ein, so in einem anderen Mauer stand der Typ. Ne, nicht da links. So auf 240. Wenn die hinterm Wagen... Nicht da, ne, ne. Da vorne links. Pass auf, oben am Fenster. Unten am Fenster war auch einer. Der hat seine Partner noch nicht geritzt, ist gut. Also, hier hinter dem Wagen, wo wir... Nein, nein, nein. Hinter dem Wagen? Da hinten. Nein, da, weiter, weiter. Weiter, links, links, links. Pass auf, das. 240. Oder 225 da hinten. Ja. Genau. Da hinten, warte. So, jetzt zielst du schon ungefähr in die richtige Richtung. Weiter, rechts. Der stand da, wo der Engel ist, ungefähr. Mhm. Genau, ja. Gott, danke. Ich geh aber grad nochmal rüber auf die andere Seite. Mhm. Ich will nicht, dass der... seine Partner da alle aufhebt. Ah, scheiße, die stehen schon wieder. Wenn die... Niki hat's nicht schnell fangen können. Oh, nee, er drückt mir einfach ein Headder. Ist klar. Das war so ein Lachschiff. Danke, danke, danke. Fuck. Pass auf, die kommen bestimmt jetzt gleich hierher. Das ist das andere Team, die kommen von hinten. Nee. Da hinten war grad auch einer. Tot. Einer ist tot. Sehr schön. So. Vorsicht, da ist noch einer. Sauber. Micha. So, gut. Scheiße. Nein, 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 nein. Per Table. Sehr gut. Sauber. Es ist immer noch rot. Warte mal, bevor ich dich jetzt retze. Ja. Ja, hier drin steppt noch einer. Mein Gott. Oh. Woher? Keiner. Oben. Ah, scheiße. Ja, ich hab auch nichts mehr zum Heilen gehabt. Das ist der letzte, schätze ich mal. Oh, nein. Nein. Der schießt einfach durchs Holz und trifft mich, ist klar. Ah. Oh, schade. Aber egal, war trotzdem gut. Mhm. Das war auch ein schöner, geiler Rand von uns. Das war super geil, fand ich. Schöne Schießereien und alles. Ja. Da haben wir doch bestimmt sieben, acht Kills, oder? Ja, sechs bis hin. Warte mal, der eine Kill war echt schön. Muss ich mir gleich mal speichern. Bitte? Jetzt haue ich doch acht Kills. Saub. Acht, zwei. Ja, ja. Heute ist der sechze... Ey, ich hab's ja auch vier umgebracht. Ja. Ich suche gerade ein Video. Ich hab gerade nochmal geguckt, nichts gesehen. Oh. Hier vorne im Wald. Da warten sie. Mhm. Scheiße. Ich hab' geguckt, ich hab' um noch vier Sekunden. Schön. Ja, aber wenn du das nächste Mal sichtbar hast, springt's relativ schnell auf die vier. Ach so. Du hast unter einer Sekunde halt geguckt. Dich umgeschaut. Oh, ich hab's gesehen. Ja, da hör' ich auch. Die Schlitzen... Ne, einer ist ziemlich nah, hat nen Hit. Einer ist tot. Der andere ist hinter der Kutsche. Was mach' ja? Mann, ich hab' ja auch scheiße Panzer... Hinter der Kutsche ist einer? Ja. Der andere ist schon tot. Oh. Scheiße, Mistverdammt. Mann. Sehr gut, danke. Bitte. Alter, ich will die looten. Ist aber von der Waffe... Pistole, Alter. Oh, ist das ein Scheiß. Ren doch mal raus. Ne, ne. Ren doch mal raus. Matze, renn doch mal raus. Ja, 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 ja. Danke. Ja, beruhige dich. Beruhige dich. Wo ist denn der andere? Ach, hier. Du brach komplette Panik aus. Was hat er für ihn? Oh, jetzt hier. Den nehm ich dir. So, jetzt können wir raus. So schön. Hat ihm nichts gebracht, jetzt wie wir hatten. Ne, außer den Tod. Ja. Ja. Das ist gut. supplier. Du brach. Tschüss. Alles. Ich vermute needs mehr Probleme. reinforcement. Du brach. Du brach.